Ich bin bei der Firma Ringana und darf vorstellen, Andreas Wilfinger, der ist Eigentümer, Gründer und Geschäftsführer gemeinsam mit seiner Frau bei dieser Firma, die stellt Naturkosmetik her. Bitte, Herr Wilfinger, vielleicht stellen Sie die Firma selbst kurz vor. Ich darf Sie gleich korrigieren, also wir stellen nicht Naturkosmetik her, sondern frische Kosmetik, also wir setzen quasi der Naturkosmetik noch eins drauf. Aber ja, 50 Prozent machen wir damit und weitere 50 Prozent unseres Umsatzes mit sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln mit Schwerpunkt auf die sekundären Pflanzenstoffe. Danke, dass Sie mich ausgebessert haben. Wir haben gerade das Lager besichtigt und die Abfüllverfahren angesehen, das ist alles super high-tech. Ja, natürlich. Also Kosmetik ist ja heute nicht mehr etwas, was man quasi im Hinterhof selber zusammenrühren kann, sondern ist eine echte High-Tech-Anwendung, die ja auch einen Benefit, nämlich die Wirkung mit sich bringen soll. Mhm. Mhm.